Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Let's Teach, das letzte ist ja Zeit lang her, aber hier bei dem Thema, wenn dann sonst was wir heute hatten, dachte ich mir, das bietet sich an, hier das nochmal ganz langsam Schritt für Schritt zu erklären, aufzubauen und Beispiele hier zu bringen. Als erstes war die Frage, was haben wir hier an verschiedenen Möglichkeiten der Berechnung. Einmal haben wir die Möglichkeit mit Formeln zu arbeiten, hier nimmt man ganz normale Zellbezüge und Rechenzeichen her. Es gibt auch die Möglichkeit, hier diese Summe auch über eine Funktion zu bilden. Beginnen tut diese Funktion oder Formel dann mit dem Gleichheitszeichen wieder, dann Funktionsname, Summe in dem Fall. Dahinter steht dann in Klammern ein entsprechendes Argument. Was soll er denn hier summieren? Und da steht dann a1 bis a2. Wir schauen uns an die sogenannte Wenn-Formel. Also wenn, Klammer auf, dann erfolgt eine Prüfung. Wenn diese Prüfung wahr ist, gibt es eine Dann-Funktion oder Ausgabe. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn diese Prüfung nicht zutrifft, dann haben wir praktisch einen Sonstwert. Ich habe jetzt hier ein Hochkomma gemacht, damit hier nicht Excel anfängt, diese Formel dann entsprechend auszuführen, weil sonst gibt es hier tatsächlich einen Fehler, weil er meint, hier wird irgendwas berechnet. Also, das muss hier mal so stehen. So, ich mache zum Beispiel mit einer Temperaturangabe 27 Grad. Wenn die Formel diese Zelle hier prüft, dann soll sie sagen, oh, über 27 Grad, da gibt es hitzefrei, unter 27 Grad kein hitzefrei. So, wie baue ich das jetzt als Formel auf? Also, mit meinem Ist-Gleichzeichen. Dann sage ich Wenn, Klammer auf. Und jetzt, das Schöne ist, dass hier mir auch gezeigt wird, was ist gerade aktuell, was muss ich eingeben. Also, Wenn habe ich, Klammer auf. Jetzt wird geprüft. Wo prüfe ich denn? Ich prüfe hier in B9. Also, B9. Dann wird mir auch schon ein blauer Rahmen angezeigt, dass ich auch wirklich in dieser Zelle bin. Ja, und was möchte ich da überprüfen? Ich möchte überprüfen, ob diese Zelle größer als 27 ist. Also, größer 27. Das ist die Prüfung. Damit bin ich jetzt fertig. Wenn das zudrifft, was soll dann die Formel ausgeben? Dann soll sie ausgeben, hitzefrei. Das Ganze in Anführungszeichen, damit die Formel entsprechend Text ausgeben kann. Dann, wenn das nicht der Fall ist, Strichpunkt, jetzt kommt der Sonstwert. Da schreiben wir hin, nicht hitzefrei. So, und nicht vergessen, wir hatten eine Aufklammer und da brauchen wir auch noch eine Zuklammer. Und dann ist diese Formel fertig. So, jetzt steht hier nicht hitzefrei, weil in dieser ersten Prüfung, ich mache nochmal ein Hochkomma hin, weil in dieser ersten Prüfung das erste Argument hier nicht zutrifft. Also, B9 ist nicht größer als 27, deshalb schreibt er hier nicht hitzefrei hin. Wenn das zutrifft, wenn hier 28 steht, erscheint hier hitzefrei. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich mache dieses Hochkomma wieder weg. Und statt 27 schreiben wir jetzt hier 28. Und hier steht dann auch hitzefrei. Okay. Jetzt erweitern wir diese Formel. Das geht ja praktisch nur in eine Richtung. Also, bis 27 Grad und ab 27 Grad die zweite Möglichkeit. Man kann aber diese Wenn-Formeln auch noch erweitern. Ich könnte jetzt also hergehen und könnte sagen, ich kopiere die mal nach unten. Hier unten machen wir auch mal 28. Und die Formel kopiere ich so nach unten. So, mit der arbeite ich weiter. Diese Formel lässt sich jetzt wie folgt erweitern. Also, wir haben eine Prüfung. Wenn B10 größer 27, dann hitzefrei. Jetzt gehe ich nach diesen Wenn-Dann vor diesen Sonstwert hin. Hier muss ich hin. Und schreibe nochmal Wenn-Klammer auf. Ich kann jetzt die also erweitern. Und dann sage ich B10. Und wenn die dann kleiner ist als 10, dann schreibt er hin R-Kern 10. Okay. Strichpunkt. Und den Sonstwert nicht hitzefrei, den lassen wir hier wieder stehen. So, ich habe hier noch einen Fehler drin. Und zwar, ich habe die Zugklammer vergessen. Genau. Das korrigiert er mir automatisch und schlägt es gleichzeitig vor. Ich habe jetzt hier zwei Zugklammern. So, jetzt probieren wir es mal aus. Also, 28 hitzefrei. 27 nicht hitzefrei. Und kleiner als 6 Grad sind 5 Grad. Da steht dann Jacke anziehen. Schauen wir uns die Formel nochmal an. Hochkomma rein. Also, wir haben hier praktisch die erste Prüfung. Ich mache das mal farbig. Und hier die zweite Prüfung. Mache ich anders farbig. Und das hier ist dann der Sonstwert. So, schauen wir es uns mal an. Also, erste Prüfung ist gleich wenn, Klammer auf, Prüfung dann, Strichpunkt, wenn, Klammer auf, Prüfung dann. Und hinten kommt für beide Argumente, wenn das nicht zutrifft, der Sonstwert. Und hier muss man noch aufpassen. Auf, Klammer, Auf, Klammer, Zu, Klammer, Zu, Klammer. So, ich erweitere das nochmal, um zu zeigen, dass es noch eine Möglichkeit gibt, hier entsprechende Formeln einzugeben. Und zwar, ich kann hier den Funktionsassistenten verwenden. Wenn ich hier draufklicke und aktiviere hier Wenn, dann wird mir das in so einem Fenster angezeigt. Und hier steht auch schon, ist gleich wenn, Klammer auf, Klammer zu. Und jetzt könnte ich hier hingehen und brauche eigentlich nur sagen, B11, wenn das größer ist als 27, dann soll er hinschreiben, hitzefrei. Wenn das nicht der Fall ist, soll er hinschreiben, nicht hitzefrei. So, mehr brauche ich hier nicht tun. Also ich kann mich hier viel mehr auf die Prüfung und dann und sonst konzentrieren. Und die Formel wird mir hier einfach aufgebaut und mitgeschrieben. Und gleichzeitig findet hier schon im Hintergrund die Prüfung statt. Also B11 ist das größer als 27. Hier steht 10 drin. Also ist das falsch. Also wird dann als Dann-Wert wohl nicht hier hitzefrei ausgegeben werden, sondern der Sonst-Wert nicht hitzefrei. Und das hier ist das Ergebnis. So, ich sage hier okay, nicht hitzefrei. Ich sehe hier oben die fertige Funktion. Okay, machen wir ein weiteres Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben einen Wettbewerb. Da gibt es Teilnehmer von 1 bis 8. So, die haben bestimmte Plätze erreicht. Sagen wir mal. So, dritter Platz, fünfter Platz, sechster, erster Platz, zweiter Platz, vierter, siebter Platz und achter Platz. So, dann baue ich folgende Formel auf. Wieder eine verschachtelte Wenn-Funktion ist gleich Wenn, Klammer auf. Jetzt prüfe ich diese Zelle hier, B15. Wenn die gleich 1 ist, dann gibt es hier Gold. Dann wenn B15 gleich 2 ist, dann gibt es hier Silber. Und wenn B15 gleich 3 ist, dann gibt es hier Pause. Und ansonsten haben wir hier einen Toastpreis. So, wer mitgezählt hat, weiß, es gibt dann hier drei Zuklammern. Dann haben wir hier schon mal die Ausgabe Bronze. Schauen wir uns die Formel nochmal an. Wenn, Argument, dann, Wenn, Argument, dann, Wenn, Argument, dann Bronze. Ansonsten Drohspreis. Wenn ich das jetzt entsprechend runterkopiere, dann wird mir das auch entsprechend ausgegeben. Platz 1 Gold, 2 Silber, Bronze. Der Rest kriegt einen Patruspreis. Noch ein Beispiel. Also, wir haben einen Einkaufspreis. Wir brauchen eine Menge, wir brauchen dann eine Zwischensumme. Ich nenne es jetzt mal Preis, Rabatt und Endpreis. So, noch ein paar Netzlinien. So, als Einzelpreis 25, 34 und dann 34. Da machen wir mal einen Betrag draus bei der Menge. Da nehme ich mal 9 Uhr nachts und 1002. So, die erste Berechnung ist eigentlich recht einfach. Wenn ich wissen will, was ist hier die Zwischensumme von der Menge her ausgehend, vom Einzelpreis oder Einkaufspreis, sage ich, ist gleich diese Zelle mal diese Zelle. So, dann habe ich also hier eine Zwischensumme. Die Formel kann ich nach unten kopieren. Dann habe ich hier also auch das Produkt aus den zwei Zellen. So, und jetzt kommt die Wenn-Funktion. Und zwar, ich möchte Rabatt geben und zwar ab 1000 Stück 5 Prozent, unter 1000 Stück 2 Prozent. Dann gehe ich her und sage, ist gleich Wenn, Klammer auf, jetzt muss ich prüfen, diese Zelle hier natürlich. Wenn diese Zelle hier größer als 1000 ist, dann schreibt er mir hier 5 Prozent rein. Und ansonsten gibt es 2 Prozent. Klammer zu. So, ja, jetzt steht hier 0,02 in Prozent. Also, 2 Prozent sind 0,02. Wir könnten so stehen lassen, wir könnten aber auch hier die Zelle formatieren, dann haben wir hier auch 2 Prozent. Und wenn ich die Formel nach unten kopiere, hier haben wir nicht 1000, also haben wir hier 2 Prozent. Hier haben wir über 1000, dann müsste also unten 5 rauskommen. Und das macht es auch. Also, so kann man auch mit Wenn, dann entsprechend rechnen. Ja, und der Endpreis wäre dann, ist gleich Einkaufspreis minus, Klammer auf, Einkaufspreis mal die Prozentzahl, Klammer zu. Das müsste eigentlich stimmen und dann runter kopieren. Machen wir noch ein kleines Beispiel. Also, nehmen wir mal an, wir haben Mitarbeiter und die haben einen bestimmten Umsatz. Jetzt, der Umsatz, der ist 20.000, machen wir mal Euros draus, also 20, 30.000, 50.000, so, das ist Mitarbeiter 1, 2, 3. So, Formel sollte lauten, und zwar, wenn der Umsatz über 40.000 geht, dann gibt es eine Prämie. Wenn der Umsatz unter 30.000 geht, dann gibt es eine Überprüfung. Ja, also, ist gleich, wenn, Klammer auf, wir prüfen den Umsatz. So, also, wie war das dann? Über 40, größer als 40.000. Dann gibt es eine Prämie. Prämie. Und jetzt brauche ich eine Erweiterung, wenn, Klammer auf, wir sind hier immer noch in der B34, wenn die jetzt kleiner ist, als 30.000, dann gibt es eine Überprüfung. Das muss ich in Anführungszeichen setzen, sonst gibt er das nicht aus. Überprüfung, Anführungszeichen, so, und ansonsten, ja, nichts. Klammer zu, Klammer zu. Mal schauen, was jetzt hier rauskommt. Also, Überprüfung und Prämie und hier nichts. Also, so kann man hier auch entsprechend mit einer Wenn-Funktion arbeiten. Okay. Also, nochmal zusammenfassend, ist gleichzeitig nicht vergessen, Funktion Wenn, Klammer auf, Klammer zu, Prüfung, Dann, Dann-Wert und der Sonst-Wert. Und man kann hier nicht nur mit Textausgabe arbeiten, sondern auch dann entsprechend mit Formeln. Ich hätte jetzt also hier zum Beispiel auch den Rabatt berechnen können. Hier habe ich ja nur die Ausgabe, gibt es 2%, 5%. Ich kann jetzt das natürlich auch ändern. Ich könnte jetzt auch hergehen und sagen, wenn also B27 größer ist als 1000, dann soll er diesen Preis hernehmen. Und schon mal die 5% berechnen. Also mal 5%. Ansonsten rechnet er diesen Preis hier mal 2%. Oder mal 0,02. Das ginge auch. So, dann habe ich halt, darf ich hier nicht Prozent haben, sondern dann brauche ich natürlich hier entsprechend Euro-Zeichen. Und ich muss die Formel noch runter kopieren. Also, und die Formel stimmt hier auch nicht mehr, sondern hier wäre, das ist gleich dieser Preis minus dem hier. Und das kopiere ich auch noch mal nach unten. Also, das ist also dann schon die Rabattmenge mit der entsprechenden Prozentzahl berechnet. Wobei hier nicht genau ersichtlich ist. Habe ich jetzt da 5%, 2%. Müsste man vielleicht dann noch mal eine Zwischenspalte einfügen, wo hier 5 und 2 dann entsprechend ausgewiesen wird. Aber ich kann praktisch auch in dieser Wenn-Formel hier berechnen. Okay. Okay. Okay.